Ein interessantes Zukunftsprojekt, was viele sehr in den Himmel loben. Hey und willkommen bei der Krypto-Eule. Ein sehr interessantes Zukunftsprojekt möchte ich euch hier heute vorstellen, beziehungsweise zeigen, was jetzt erst vor kurzem, vor wenigen Tagen gelauncht ist mit ihrem Token. Dieses Projekt und gerade der Token, der taucht immer wieder auf verschiedenen YouTube-Videos auf, die sagen, 2022 darfst du dieses Projekt nicht verpassen. Ich würde das jetzt persönlich nicht so hinstellen, aber ich glaube, dass es etwas ist mit sehr viel Zukunftspotenzial, weil sie schon verdammt viele Partner haben, verdammt viele Künstler an der Hand und auch schon die ersten Konzerte hatten. Und zwar, es geht um Konzerte in der Metaverse. Und ich spreche da genau über Animal Concerts. Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal in letzter Zeit gehört. Wir sehen hier, wenn wir auf Twitter schauen, Animal Concerts und wir sehen verdammt viele Follower mittlerweile. Das ist echt interessant. Sie haben jetzt das nächste große Konzert steht an und zwar mit Snoop Dogg und Billy Ray Cruz. Das ist ein Konzert, was demnächst in der Metaverse stattfindet, sponsert, beziehungsweise organisiert von Animal Concerts. Jetzt fragt sich jeder, Moment mal, Konzert in der Metaverse und dann soll ich da noch ein Token von denen kaufen? Was bringt mir das eigentlich? Was kostet der Token und was sind ihre langfristigen Pläne? All das möchte ich hier in diesem Video mal ein bisschen aufräumen. Erstmal, wenn wir auf die Homepage schauen, werden wir sehen, es ist im Prinzip sehr interessant, das Ganze zu sehen und was sie vorhaben, weil sie natürlich auch schon die ersten Konzerte hatten, die ersten Partnerschaften und auch sehr große Sachen an der Hand. Und deswegen schauen wir gleich mal auf die Homepage. Erstmal, wie kommt man überhaupt auf diesen ganzen Gedanken? Schauen wir gleich mal kurz ins White Paper. Wir sehen auf jeden Fall, dass die digitalen Konzerte immer mehr zunehmen. Streaming-Plattformen und so weiter. Wenn wir ins Jahr 2020 zurück schauen, dann sehen wir, dass Tomorrowland, einer der größten, also ich glaube so das größte DJ-Festival gerade in Europa, das ist ja ins Digitale gegangen und hat Tickets verkauft und die waren so schnell digital ausverkauft. Aufgrund der Corona-Pandemie ging es ja nicht anders. Und Leute haben, also einer hat ein Ticket gekauft, hat das online gestreamt, hat ganz viele Leute bei sich eingeladen und haben dann Partys zu Hause gefeiert. Bis in die Nacht, tagelang. Muss wohl richtig cool gewesen sein. Viele, viele Videos von Hauspartys und so weiter. Und genau so stellt Anime Concert sich das Ganze auch vor. Einer kauft ein Ticket, also ein Zugang und dann können den ganz viele nutzen, indem man eine Party zu Hause feiert. Wenn wir das Ganze uns anschauen, was sie da alles genau vorhaben, dann schauen wir mal auf die Homepage. Wir sehen ja hier drei Börsen. Ich kann jetzt schlecht hingehen und diese zwei Börsen hervorheben, weil wir ja Gate.io Partner sind. Deswegen schauen wir gleich mal auf Gate.io. Bisher sehen wir auch, wenn wir auf Gate.io schauen, Ethereum, Polygon und die Binance Smart Chain. Da sind sie bis jetzt als Token, also auf diesen Blockchains. Aber wenn wir jetzt hier runterscrollen, also aktuell das aktuelle Konzert, habe ich ja gerade schon angesprochen auf Twitter. Das ist jetzt announced worden und das wird natürlich jetzt hier hervorgehoben, keine Frage. Dann sehen wir hier, dass es verschiedene Sachen schon gab. Nochmal so ein kurzer Intro, was hier alles kommt. Und NFTs wird natürlich auch ein Thema sein, aber da schauen wir gleich mal aufs Whitepaper, um genau zu sein. Dann sehen wir hier Partners. Also das sind die Partner, die sie haben. Aber ein Partner ist heutzutage eigentlich nicht mehr viel wert. Letztendlich könnten wir da auch stehen. Wenn wir da für die Videos machen, dann nehmen die uns hier als Partner rein. Also da bei Partner bin ich immer in der Blockchain-Szene sehr, sehr vorsichtig, beziehungsweise in der Krypto-Szene, weil ein Partner kann man schneller reintun. Aber ich denke mal, die Centraland, da sehen wir auch schon, wo es hingeht, in welcher Weta-Verse. Also OpenSea für die NFTs, ganz klar. Jetzt wird es interessant und zwar die Artist, Alicia Keys als großer Name, den hatten sie schon. Future, ich weiß nicht, ob man den kennt, das ist ein DJ. Ich kenne ihn nicht so, aber habe das hier gesehen, dass das im Oktober 2021 war das Konzert. Hat ein paar NFTs verkauft und hier, das war ein paar waren vor Ort, damit man auch eine Partystimmung hat. Aber das Ganze wurde auch noch online gestreamt. Hier kann man noch ein Video dazu schauen. Buster Rhymes, den kennen wir auch, der war auch dabei und er hat ja auch ein Boreal Ape Yacht Club NFT, auch sehr interessant. Also viele Leute, die das Thema NFT-Metaverse schon ein wenig kennen. Dann Events, haben sie hier so ein Event-Video, da sind viele ihrer bisherigen Künstler aufgezeichnet, kann man sich anschauen. Brands and Artists, da kommt noch viel, viel mehr. Und jetzt sehen wir hier ihren Token, Real Token Utility, da kann man sehen, was man alles machen möchte. Schauen wir aber gleich ins Whitepaper, dann sehen wir was ausführlicher. Hier ist ja das Whitepaper. Und dann das Team, kann man sich anschauen, aber jetzt kommt was ganz Interessantes. Und wenn man in so ein Projekt investiert, dann sollte man immer wissen, welche Bakers sind dahinter, also Investoren, was ist da. Und das ist sehr wichtig, weil wenn man sieht, da sind viele Leute, die Geld haben, viele Leute, die auch in anderen Projekten investiert sind, dann hat das Ganze schon ein solides Fundament. Und das ist sehr wichtig. Und jetzt, nicht überraschen, die Liste ist lang, sehen wir hier die Bakers und da sehen wir sehr bekannte Namen, wie ich finde. Jetzt, ich möchte gar keinen speziell nennen, weil viele, die sich mit dem Thema Bakers beschäftigen, die werden jetzt hier direkt zwei, drei Namen sehen, wo sie sagen, okay, interessant. Aber letztendlich, das ist etwas, was man selber sich so ein bisschen anschauen muss mit verschiedenen Projekten, die man hier vergleichen muss. Auf jeden Fall sind hier sehr viele dabei, ihr seht ihr, die Liste ist lang. Und das heißt schon mal, dass hier sehr viel Geld dabei ist. Das ist sehr wichtig zu wissen, wie ich finde. Dann die kurze Story dazu und sehr wichtig, was jetzt gleich kommt, das Thema Media. Also die haben alle schon über sie berichtet, auf jeden Fall. Aber das hier ist noch wichtiger und zwar die Blockchains, wo sie hinwollen. Polkadot, Solana, Algorand, Elrond, Ethereum sind sie schon, Polygon sind sie schon, Avalanche wollen sie hin, Binance Smart Chain wollen sie noch hin, Nier Protocol und so weiter. Viele kleine noch, Phantom noch als großer, Moonbeam, viele große, aber auch ein paar kleine. Auf jeden Fall sehr Multichain lastig, keine Frage. Und hier steht noch Coming Soon, wer weiß, was sie da noch einen raushauen. Vielleicht LFCU, wer weiß. Auf jeden Fall sehr viele interessante Blockchains und das ist etwas sehr interessantes, dass sie halt Multichain lastig werden wollen, was natürlich auch Sinn macht. Wenn man ein Konzert in der Metaverse veranstalten möchte und möchte das global ausrollen, dann bringt es nichts, nur mit Ethereum, nur mit Binance Smart Chain und sonst nichts. Das bringt es nichts, andere Blockchains auszusperren, da müssen alle ins Boot geholt werden und es muss für alle die Möglichkeit bestehen. Jetzt fragt man sich vielleicht zu Recht, nachdem man das gesehen hat und sagt, klingt interessant, aber wofür brauche ich eigentlich den Token? Und das ist das, was mich persönlich auch interessiert hat, wo ich sagte, hey, mir ist das letztendlich egal, weil ich kann ja auch hingehen und mir einfach in dem Moment kurz den Token kaufen und dann ein Ticket kaufen, wenn das Ticket für so ein Konzert mit ihrem eigenen Token nur zu bezahlen geht. Geht nicht nur, das habe ich schon gelesen, es geht auch direkt mit Fiat, weil es noch Partner gibt, die ongebordet werden. Also man kann noch Tickets mit Fiat kaufen, aber in der Zukunft dann nur noch mit ihrem eigenen Token und vielleicht auch noch mit anderen Blockchain-Token, vielleicht mit Ether und so weiter. Aber wenn man das mit ihrem eigenen Token macht, dann bekommt man einen Rabatt und man erhält noch einen kleinen Scuddy und man erhält auch sowas wie einen Zugang zu VIP-Launch und auch Zugang zu NFTs, die speziell nur für Tokenhalter sind. Aber da schauen wir jetzt mal direkt drauf. Das ist das White Paper und man muss ehrlich sagen, das White Paper ist nicht so lang, wie man jetzt vielleicht denkt bei so einem Projekt. Es sind nur, wenn wir runterscrollen, 19 Seiten. Ich finde es sehr gut detailliert, sehr gut aufgeschrieben und deswegen kann ich nur sagen, wer sich hier mehr interessiert. Kurz hier diese 19 Seiten lesen, davon sind auch viele Bilder, keine Frage. Und da ist auch die Begründung, wie das Ganze rausgekommen ist. Da schauen wir jetzt mal drauf, bevor wir uns anschauen, was wir mit dem Token machen können. Und zwar gehen Sie ganz klar hin, die Begründung, warum das Ganze Erfolg haben sollte, könnte. Streaming ist um 19,9% nach oben gegangen und alles andere Downloads und andere digitale Sachen sind um 15,7% nach unten. Performance-Rechte sind um 10,1% nach unten. Die Einnahmen für Filme, TV, Games und so weiter, also wenn die Musik da benutzt wird, dann ist das Ganze ja auch nicht mehr so lukrativ, weil das Ganze auch um 9,4% nach unten gegangen ist. Und natürlich, keine Frage, physische CDs, aber auch natürlich Konzerte selber, ist klar, sind um 4,7% nach unten. Aufgrund der Corona-Pandemie brauchen wir nicht darüber reden. Auf jeden Fall, da ist hauptsächlich die CDs gemeint, 4,7% nach unten. Weil ganz ehrlich, wir haben heute so viele Möglichkeiten, das Ganze zu streamen, das Ganze auszuleihen, das Ganze sogar runterzuladen. Und deswegen, warum brauche ich noch heutzutage eine CD? Weil es geht doch eh alles über USB-Stick, oder? Jeder von uns hat doch einen USB-Stick im Auto, steckt einen USB-Stick rein, hört die Musik, holt es wieder raus, steckt es im Computer, lädt neue Musik drauf und wieder ins Auto und neue Musik, weiter geht's. So ungefähr. Auf jeden Fall, kommen wir zurück zum Token. Was genau macht den Token besonders und warum sollte man jetzt investieren? Warum sollte man es kaufen, wenn man jetzt sagt, oh, das hört sich interessant an? Und vor allem, das ist, glaube ich, der wichtigere Punkt an der Sache, nicht einfach sagen, der könnte steigen, sondern ich glaube, dass er in der Zukunft mehr wert werden dürfte. Einfach aus der Hinsicht, dass es nur, in Anführungszeichen, 12,5 Milliarden gibt, ist sehr viel, keine Frage. Aber das Ganze ist ja global ausgerollt und jeder von uns kann hieran teilnehmen. Und deswegen glaube ich, wenn da mal ein großes Konzert wie Justin Bieber angekündigt wird, als Beispiel, dann kann ich mir vorstellen, dass das Ganze auch recht schnell steigt, weil sie dann alle sagen, boah, guck mal, ich kann hier mein Fiat-Geld direkt ins Ticket kaufen oder ich wende mein Fiat-Geld in den Token, zahle noch eine kleine Gebühr durch die Blockchain, habe aber trotzdem unterm Strich weniger bezahlt, weil ich durch den Tokenkauf einen Rabatt habe. Auf jeden Fall, da haben wir schon den ersten Punkt, warum wir einen Token brauchen, Rabatt bei Tickets. Und gehen wir weiter. Das ist nämlich Rabatt bei Tickets. Dann VIP-Community. Das ist nämlich etwas, wenn man hier ein VIP-Member wird. Wie man genau VIP-Member wird, habe ich nicht erfahren, aber gleich geht es noch ein bisschen mehr darauf. Dann VIP-Members, die haben natürlich, wenn Tickets limitiert sind, dann kann man da eher ran wie andere. Dann allgemein limitierte Editionen für Merchandise, für Content, für Music Arts. Also wenn die etwas begrenzter sind, dann hat man da mehr Zugangsrechte. Ganz klar, VIP-Member haben da Vorrang. Ist in Ordnung. Dann Member, die ihr VIP-Level sehen. Also wenn du hier Tickets kaufst mit den eigenen Token, wenn du mehr anschaust, also wenn du mehr Konzerte anschaust, wenn du mehr tust und so weiter, für die Community, für das Projekt, gehen wir jetzt noch weiter darauf ein, dann bekommst du hier Rewards und auch Rabatte und auch im VIP-Level steigst du. Also ich glaube, wie gesagt, genau wie das funktioniert mit dem VIP, habe ich nicht verstanden. Ich denke mal, man braucht sehr viele Token, man muss sehr viel teilnehmen und dann steigst du zum Level und irgendwann heißt du dann VIP. So kann ich es mir vorstellen. Wäre ich jetzt nicht aus dem White Paper richtig schlau, wird man dann sehen, wenn das Ganze so weit ist, dass man sich da einloggen kann und man sieht seine Rangliste, Ranking, wie auch immer. Dann sehen wir hier, alle Members können Token verdienen, indem sie einfach zuschauen. Nehmen Sie Konzerte, zuschauen und dann kannst du mehr verdienen. Also umso mehr du zuhörst, umso mehr kannst du verdienen. Dann kannst du, also alle Member können Token verdienen, indem sie daran partizipieren. Partizipieren, umso mehr, umso mehr zu verdienen. Partizipieren ist natürlich anschauen. Ihr könnt voten für eure favorisierten Acts, also die, die auf der Bühne stehen, DJs, Bands und so weiter. Ihr könnt an euren favorisierten Sachen auch Teil der Show werden, also Parts of the Show. Alle Member können auch verdienen, indem sie weiter partizipieren, indem sie einfach Feedback geben, in Social Media supporten und natürlich Bewertungen schreiben und vieles weiter. Dann das Thema NFTs. Sagen wir mal, es gibt hier ein Katalog von 40 digitalen Assets für die Bands und so weiter, für die meisten Fans. Also viele Sachen und dann könnt ihr, each ticket will be an NFT itself. Also das heißt, ein Ticket würde ein NFT sein. Das heißt, wenn ich jetzt ein Ticket kaufe, dann habe ich das als NFT auf der Blockchain. Umso mehr ich an Konzerten teilnehme, umso mehr kann ich auch sagen, und das ist ja das, was viele auch mit NFT verbinden. Guck mal hier, ich habe ein Boreal Ape, ist ein paar hunderttausend wert. Voll cool die Sache, oder? Was hältst du davon? Das verbinden ja viele mit diesen NFTs und genau hier ist es auch der Fall, dass man sagen kann, hey, guck mal, auf welchen Konzerten ich alle war. Meine Liste, so zum Beispiel. Und das ist das, was man hier auch mit diesen NFTs eigentlich so machen kann. Und mit diesem NFT erhältst du halt Zugang zu diesem Konzert. Ja, also ein Usable NFT in dem Fall. Nur, dass du es halt nicht in dieser Metaverse hast, sondern du kommst nur mit diesem Ticket da rein. Wie wir es zum Beispiel von Sandbox kennen, die ja das goldene Eintrittsticket hatten, für ihre Closed Alpha, wer sich erinnert. Dann natürlich einfach, indem man verdient und teilnimmt, indem man hier einfach viel mehr dafür macht. Und das ist ihr Token und hier Service mit unseren Partnern, mit unserem Ökosystem kann auch in Tokens oder für Fiat benutzt werden. Das ist aber noch am Anfang, das steht auch hier im White Paper, wenn man weiter hochscrollt, findet man das, dass viele Sachen erstmal auch für Fiat benutzt werden können. Aber auch, hier sehen wir den Token in Nomics, könnt ihr mal kurz drauf schauen. Aber ganz wichtig, in Zukunft eher für ihren Token. Also wir sehen hier viele Sachen, also Exchange wird natürlich was bereitgestellt. Dann Private A, Private B, Marketing, brauchen natürlich auch ein paar Tokens. Dann das Team, die Advisor und die Partner. Und natürlich auch Launchpads, wie gesagt, wir haben über ein Launchpad darüber erfahren, über dieses ganze Projekt und die Werbung über Launchpads haben sie gemacht. Hier sehen wir auch die Prozentanzahlen, die Treasury, also was sie noch selber in ihrer Bank, sag ich mal, haben, in der Rückhand. Und wir sehen die ganzen Partner bzw. Advisor und natürlich auch das Team. Auf jeden Fall 12,5 Milliarden Token. Ist auf jeden Fall erstmal viel, aber wenn man sieht, wie viele hier noch weggesperrt sind bzw. allgemein zurückgehalten werden, wird das Ganze künstlich natürlich verknappt. Das sehen wir ganz klar. Also wir sehen rundum ein interessantes Projekt, wenn jemand sagt, ich möchte das nutzen. Oder wenn man selber glaubt, dass es viele nutzen werden. Ich glaube, das ist eigentlich der Hintergrund, warum viele hier in das Projekt eher investieren. Nicht, dass sie sagen, boah, das ist das Ding, das mache ich morgen Abend, mache ich, kaufe mir ein Ticket, gebe ihm, mache ein Konzert hier zu Hause und sitze hier am PC. Sondern viele glauben einfach, dass das Leute in der Zukunft nutzen werden. Und deswegen glauben sie, dass automatisch umso mehr Leute darüber erfahren, den Token kaufen, auch wenn sie es auch wieder ausgeben, also den Token wieder auf den Markt werfen, indem sie dafür Tickets kaufen. Unterm Strich ist es ja so, dass der Token immer mehr Wert bekommt, umso mehr Künstler hier daran teilnehmen. Und das könnte das Interessante sein und vielleicht auch der Clou dahinter sein, dass man sagt, hm, der Token könnte mehr Wert sein. Weil natürlich auch umso mehr Token man hält, gehe ich davon aus, umso mehr steigst du im ERP-Level und umso mehr Rabatte bekommst du wahrscheinlich auch bei Ticketkäufen. Also, ich glaube, nur aus diesem Aspekt könnte das ein gutes Investment sein. Wenn jetzt einer sagt, interessantes Video, interessante Sache, aber ich interessiere mich gar nicht dafür, ich glaube, dann lohnt es sich auch nicht, sogar hier 10 Euro reinzuwerfen. Dann schauen wir noch kurz auf den Preis, wie sieht das aktuell aus zum Schluss. Und dann würde ich sagen, reicht es auch mit dem Ganzen. Und zwar schauen wir auf Gate.io. A-N-M-L, das ist die Abkürzung, gibt es auf Gate.io für USDT. Ihr kennt das, Gate.io haben wir ja nur in Anführungszeichen die Möglichkeit, mit einer Limit Order zu arbeiten, ist aber kein Problem. Limit Order, wir geben ein, welchen Preis hätten wir gern. Ich denke, der geht noch runter, sage ich jetzt einfach mal 15 Cent und hätte gern 100% von meinem Geld. Das heißt, ich könnte mir jetzt 1600 Token kaufen für 25 Dollar. Wir sehen, der ist noch verdammt günstig mit 1,7 Cent. Der ist noch sehr günstig, würde ich behaupten. Wir sehen, dass er beim Launch auf 3,78 Cent hochgeschossen ist und durch Gate.io und Huobi sind sie auch auf TradingView. Wir sehen hier auf Huobi. Und bei Huobi ist er sogar auf 8,92 Cent gestiegen. Also hier auf Huobi war das Interesse sehr groß, das muss man sagen. Jetzt sehen wir es auch hier, klar, hat sich natürlich den drei Börsen angepasst. 1,72 Cent. Also jeder, der jetzt glaubt, das könnte eine Investition in die Zukunft sein, dann habe ich vielleicht was Gutes hier vorgestellt. Aber es gibt wahrscheinlich auch genug Leute, die hier zugeguckt haben und gesagt haben, was ein Blödsinn. Ich bin da sehr geteilter Meinung, kann mir vorstellen, dass das in der Zukunft was Großes wird. Aber man muss natürlich schauen, wie die Leute jetzt nach der Corona-Pandemie beziehungsweise nach den Lockerungen der Corona-Pandemie, wie die Leute jetzt auf Konzerte reagieren. Aber auch, und ich glaube, das ist das, wo ihr schon die ersten Sachen sehen könnt, einfach jetzt die nächsten Tage in den Laden gehen und schauen, ziehen die Leute noch ihre Maske an? Oder sagen die, nö, wenn ich nicht mehr muss, dann ziehe ich sie nicht mehr an. Und ich glaube, das ist auch genau das, wenn jetzt Konzerte wieder freigegeben werden. Wie gehen die Ticketverkäufe weg? Wie sieht man vielleicht Bilder von den Konzerten? Sind die Hallen noch gefüllt? Sind die eher weniger gefüllt? Und wie lange gibt es noch normale Konzerte, weil vielleicht auch keiner mehr hingeht? Das sind alles Sachen, die wir jetzt erfahren. Und dann kann man vielleicht auch auf so ein Projekt eine Zukunftsprognose abgeben und sagen, ich glaube, das hat doch mehr Erfolg, weil jetzt keiner mehr zu Konzerten geht. Als Beispiel, wir sehen, Tomorrowland 2020 war digital ein großer Erfolg. Das ist auf jeden Fall festzuhalten. Deswegen, jeder sollte seine eigene Meinung bilden. Ich habe euch das Projekt gerne vorgestellt und schaue selber mal, was da in Zukunft passiert. Werbung wird dafür auf jeden Fall gemacht. Geld haben sie auch sehr viel, das haben wir gesehen. Und auch auf sehr vielen Veranstaltungen wird immer wieder ein kleiner Banner mit Animal Concerts eingeblendet. Achtet mal drauf, ich glaube, dieses Zeichen habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.